Hallo, wir möchten heute uns auseinandersetzen mit dem wichtigen Thema der NP-Vollständigkeit. Das heißt, es geht weiterhin um unsere Komplexitätsklasse NP, aber diesmal wollen wir uns konzentrieren auf die typischsten Probleme, die manchmal auch die schwersten Probleme in NP genannt werden. Wobei das nicht ganz korrekt ist, dass sozusagen typisch ist vielleicht die bessere Ausdrucksweise. Wir suchen also Probleme in NP, die diese Klasse repräsentieren in einem bestimmten starken Maße. Und das wird uns ein besseres Verständnis davon geben, was NP genau ausdrückt und wie diese praktisch wichtige Klasse von Problemen in der Informatik behandelt werden kann. Willkommen zurück, mein Name ist Markus Krutsch. Dies sind die Videos zum Thema Theoretische Informatik und Logik im Online-Kurs der TU Dresden. Und wenn wir also sagen wollen, was ist ein besonders typisches Problem für eine Komplexitätsklasse oder was ist vielleicht auch eines der schwersten Probleme dieser Klasse, dann müssen wir zunächst einmal Probleme miteinander vergleichen bezüglich ihrer Schwere oder zumindest so etwas Ähnlichen. Und dazu haben wir schon ein gutes Werkzeug parat, nämlich die Reduktionen. Wir hatten ja gesagt, wir können ein Problem auf ein anderes reduzieren. Diese Schreibweise hier bedeutet, es gibt eine polynomielle Reduktion von P nach Q. Und wir können die lesen, wie diesen Satz, als etwas, was uns sagt, P ist mindestens genauso schwer, Q, pardon, ist mindestens genauso schwer wie P. Das ist ganz einfach deshalb so, weil wir P mit der Reduktion in eine Instanz von Q verwandeln können. Also jede Instanz von P kann man nach Q übersetzen und anschließend können wir Q lösen. Das heißt, wenn wir Q lösen können, haben wir nebenbei auch P gelöst, Modulo diesen polynomiellen Zusatzaufwand, den die Übersetzung bringt. Und damit können wir also Probleme miteinander vergleichen und haben also jetzt schon zwei Möglichkeiten, um die Komplexität oder die Schwierigkeit eines Problems einzuschätzen. Die erste ist ganz einfach, dass wir das Problem in eine Komplexitätsklasse einordnen. Das gibt uns eine obere Schranke. Wir können zum Beispiel sagen, ein Problem ist in NP. Und damit wissen wir, es ist möglich, mit so viel Aufwand, mit diesem bestimmten Aufwand, das Problem zu lösen. Und das ist allerdings nur eine obere Schranke. Das heißt nicht, dass es die bestmögliche Lösung ist. Sie erinnern sich zum Beispiel, Primzahlen zu erkennen, ist in NP möglich. Oder, wobei das auch nicht leicht zu erkennen wäre, aber sagen wir, zusammengesetzte Zahlen sind ganz leicht zu erkennen, dass sie in NP sind. Ja, wir müssen nur die Faktoren angeben oder raten. Und schon wissen wir, dass es eine Zahl ist, die zusammengesetzt ist. Aber diese obere Schranke war nicht optimal. Wir haben vielleicht später gelernt, dass man das auch in Polnomerzeit entscheiden kann. Das heißt also, der Aufwand wurde da überschätzt durch die obere Schranke. Durch Reduktion bekommen wir jetzt im Gegensatz dazu eine untere Schranke. Weil wir sagen können, Q zu lösen benötigt mindestens so viel Aufwand wie P zu lösen. Das vergleicht natürlich zunächst einmal nur zwei Probleme miteinander. Wir haben noch keine absolute Einordnung in eine Komplexitätsklasse, aber wir können das auch mit Komplexitätsklassen in Bezug setzen. Und um das zu schaffen, definiert man die Begriffe der Schwere und Vollständigkeit, die Sie hier für den Fall von NP noch einmal sehen. Eine Sprache ist NP-schwer, wenn jede Sprache in NP polynomiell darauf reduzierbar ist. Also das heißt, ich nutze die Reduktion, aber ich fordere auch gleich, dass jede Sprache in dieser Klasse NP reduzierbar ist. Dann nennt man die Sprache NP-schwer. Und die Sprache ist NP-vollständig, wenn sie sowohl NP-schwer ist, als auch in NP liegt. Das ist nicht unbedingt gegeben. Die Schwere allein sagt erst einmal nur, dass ich die Probleme aus NP darauf reduzieren kann. Es kann immer noch sein, dass das Problem selbst, die Sprache selbst, noch schwieriger, noch komplexer ist vielleicht und gar nicht in NP liegt. Wenn sie trotzdem, wenn sie zusätzlich noch in NP liegt, dann sagen wir NP-vollständig. Und man kann jetzt Beispiele finden, die das noch ein bisschen illustrieren. Ein Beispiel, was weithin bekannt ist, was wir auch schon mal besprochen haben, werde ich gleich noch mal ein bisschen näher darauf eingehen, ist SAT. Das Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik, das ist bekanntermaßen NP-vollständig. Ein klassisches Resultat von Cook und Levin unabhängig bewiesen. Das erste als NP-vollständig erkannte Problem in der Informatik. Das ist also ein typisches NP-Problem, wenn man so will, weil es eben NP-vollständig ist. Zweites Beispiel, Primzahl ist in NP, auch das schon ein bisschen überraschend, weil man dafür Primzertifikate braucht, die jetzt nicht so offensichtlich sind und nicht aus der Schulmathematik geläufig. Aber das selbst ist noch keine perfekte Abschätzung, denn man vermutet, dass Primzahl nicht schwer ist für NP. Das vermutlich hier muss ich vielleicht noch etwas erklären, denn nach dem, was wir bisher gehört haben, würden wir vielleicht sagen, das ist ganz sicherlich nicht NP-schwer, denn ich habe Ihnen ja erklärt, Primzahl ist ein polynomiell lösbares Problem, es ist NP-Time. Trotzdem muss ich hier vermutlich schreiben und darüber werden wir noch ein bisschen später diskutieren. Für jetzt nehmen wir es mal so hin. Gleiches gilt für viele Probleme in NP, die sind im Prinzip alle vermutlich nicht schwer für NP, aber liegen trotzdem drin, weil ja P als Klasse, als Ganzes in NP liegt. Aber wenn ich etwas nicht deterministisch Poiname lösen kann, kann ich es auch deterministisch Poiname lösen. Es gibt einige Probleme, bei denen man sicher sein kann, dass sie nicht NP-schwer sind. Das sind insbesondere Probleme, von denen man sofort sieht, dass sie so einfach sind, dass man überhaupt nichts darauf reduzieren kann. Oder fast nichts. Wann würde das zum Beispiel passieren? Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Problem, in dem gar keine Instanzen liegen, also die leere Sprache. Das ist sehr leicht, das liegt auch in NP, aber man kann nicht alle Probleme darauf reduzieren, man kann überhaupt keine anderen Probleme darauf reduzieren, denn um auf das Problem reduzieren zu können, muss man zumindest zwei mögliche Antworten geben können. Für die Fälle einer positiven Instanz muss man auf etwas abbilden, was in der Sprache drin liegt und für die der Negativen auf etwas, was nicht drin liegt und die leere Sprache hat nichts, was drin liegt. Das heißt, ich kann da gar nicht drauf abbilden. Es ist also klar, dass die leere Sprache nicht sich eignet, um irgendetwas Interessantes darauf zu reduzieren, aber sie ist natürlich auch, wenn sie in P-Time liegt, nicht besonders interessant als Beispiel für ein Poiname lösebares Problem. Aber okay, es gibt immerhin Beispiele für Dinge in NP, die garantiert nicht NP-schwer sind. Auch nicht schlecht. Okay, drittes Beispiel hier. Es gibt auch Fälle von schweren Problemen, die nicht vollständig sind, weil sie nicht in NP liegen. Das ist sicherlich für das Halteproblem der Fall. Das Halteproblem ist nicht mal entscheidbar. Sie erinnern sich damit auch nicht in NP lösbar. Und das gilt auch für jedes andere unentscheidbare Problem. Wobei das nicht ganz stimmt. Auch das muss ich, an der Stelle sollte ich vielleicht ein bisschen das sagen, aber es gibt unentscheidbare Probleme, die nicht NP-schwer sind. Kann passieren. Das ist auch einer der Gründe, warum die Begrifflichkeit schwere, im Englischen auch hardness, unglücklich ist. Und ich selbst neige manchmal dazu, härter zu sagen anstatt schwere, weil tatsächlich die Tatsache, dass ein Problem schwer lösbar ist, nicht unbedingt ausreicht, um ein Problem NP-schwer zu machen. Also es gibt schwere Probleme, die nicht NP-schwer sind. Das würde zu weit führen, das jetzt im Detail zu diskutieren. Was man sicherlich sagen kann und was eine Perspektive ist, für die diese Folie, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, noch korrekt ist, ist, dass sicherlich jedes unentscheidbare Problem nicht in NP liegt. Aber es ist nicht NP-schwer bedingt. Aber die meisten sind auch NP-schwer, kann man vielleicht so sagen. Okay, dabei belassen wir es an der Stelle. Das würde zu weit führen. Okay, das erste NP-vollständige Problem stammt, wie ich schon erwähnt habe, von Cook und Levin und ist das berühmte Startproblem, das Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik. Auch noch ein sehr praktisches Problem, weil man mit Aussagenlogik sehr viele andere Sachen darstellen kann. Und dadurch, das auch in vielen Anwendungen wiederfindet und es ist also auch praktisch von Bedeutung, dieses Problem zu lösen. Und insofern war es ein wichtiges Resultat. Der Beweis dafür, den hatten wir schon mal gesehen in Formale Systeme der Vorlesung, beziehungsweise wenn Sie die Videoreihe hier suchen, dann finden Sie sie unter dem Namen Formale Sprachen und Automaten. Dort haben wir das im Detail dargestellt, das wäre ich hier nicht nochmal mal. Im Prinzip war die Idee recht einfach, aber doch relativ aufwendig. Man reduziert Wortprobleme von zeitbeschränkten, nicht deterministischen Turing-Maschinen auf SAT. Und um das zu tun, muss man Formeln, logische Formeln finden, deren Erfüllbarkeit gleichbedeutend ist, damit, dass eine bestimmte Turing-Maschine einen bestimmten Input akzeptieren wird. Und diese Formeln werden relativ groß, zwar nur polynomiell groß, das soll ja eine polynomielle Darstellung ergeben, aber doch relativ groß, weil sie für jede mögliche Speicherstelle und jeden Zeitpunkt, der in dieser Turing-Maschinen-Berechnung eine Rolle spielt, einzelne Propositionen verwenden und viele, viele Formeln angeben, die all das miteinander verknüpfen. Und sozusagen ist es eine Binär-Codierung, wenn Sie so wollen, in Bits des gesamten Turing-Maschinen-Laufs, aller Konfigurationen, die nacheinander erscheinen und eine Darstellung in logischen Formeln davon, welche Eigenschaften diese Binär-Codierung haben muss, damit sie wirklich einen gültigen Lauf kodiert. Und dann ist nur noch die Frage, gibt es überhaupt so eine Kodierung? Wenn ja, dann gibt es einen Lauf. Und das heißt, die Turing-Maschine würde akzeptieren und die Formel ist erfüllbar. Und wenn nicht, dann nicht. Okay, so hat das funktioniert. Ein bisschen aufwändige Konstruktion, aber glaube ich ganz interessant, einmal zu sehen zumindest, aber zweimal eher. Muss nicht sein. Okay, das ist also ein NP-vollständiges Problem, aber es gibt natürlich noch viele, viele mehr und wir wollen uns einige weitere anschauen hier in diesen Videos. Und ich beginne hier mal mit zwei einfachen, die in etwas andere Richtung gehen, die also nicht aus der Logik kommen. Wie kann man jetzt also solche weiteren Probleme finden? Es stellt sich heraus, wenn man einmal die Idee hat, wenn man einmal eins hat, dann geht es relativ schnell, denn man kann NP-Vollständigkeit dadurch feststellen, dass man nun gut zum einen zeigen muss, dass das Problem selbst in NP liegt und zum anderen zeigen muss, dass ein bereits bekanntes NP-vollständiges Problem polynomiell darauf reduziert werden kann. Also das heißt, wir können mit so einer polynomiellen Reduktion arbeiten und oftmals ist diese Reduktion viel einfacher als der ursprüngliche direkte Beweis von Cook und Levin. Also es ist hilfreich, wenn man schon weiß, man hat ein vollständiges Problem, selbst wenn es satt ist, kann man darauf schon vieles direkt reduzieren und je mehr Probleme man findet, die NP-vollständig ist, desto leichter wird es dann auch, jeweils ein schwieriges Problem zu finden, was für einen gegebenen Fall sich schön und einfach reduzieren lässt. Es wurden auch tatsächlich sehr viele solche Probleme gefunden. Seit Cook und Levin, das waren die frühen 1970er, tausende von NP-vollständigen Problemen. Sie lauern eigentlich hinter jeder Ecke, immer wenn Sie in der Informatik denken, das sieht eigentlich gar nicht so schwer aus, aber wenn man darüber nachdenkt, scheint es irgendwie nicht effizient zu gehen und manchmal läuft der Algorithmus ja lange. Das sind oft die NP-schweren Probleme. Da gibt es ganz viele Fälle, in denen wir die antreffen und in der Praxis, wie gesagt, sehr häufig. Beispiele möchte ich Ihnen jetzt zeigen, zumindest damit anfangen. Ein erstes einfaches Beispiel ist Klick. Klick ist ein Problem, bei dem es darum geht, klicken zu finden. Eine Klicke ist ein Graph, also wir sind hier in der Graphentheorie, bei dem jeder Knoten mit jedem anderen direkt durch eine Kante verbunden ist. Es geht uns eigentlich nur darum, hier Verbindungen zu prüfen, das heißt, die Richtungen der Verbindungen sind uns egal. Wir können also mit ungerichteten Graphen hantieren. Stellen Sie sich also vor, Sie haben einfach nur eine Menge von Punkten und Strichen dazwischen, also Kanten. Das ist ein Graph G, der gegeben ist. Und Sie haben außerdem eine Zahl K. Und die Frage ist jetzt, enthält der Graph G eine Klicke mit genau K Knoten? Also gibt es so eine große Klick. Klar ist, wenn es eine mit K gibt, gibt es auch eine mit K minus 1. Sofern das noch eine Zahl größer 1 ist oder 0 ist, sonst ist es nicht interessant. Okay, also große Klicken enthalten immer kleine Klicken. Die Frage ist also in der Regel, gibt es eine ausreichend große Klicke? Ja oder nein? Und das stellt sich als ein NP-vollständiges Problem heraus. Klicke ist NP-vollständig. Und gleichzeitig ist es doch ziemlich unterschiedlich von diesem logischen Problem Sat, was wir bisher gesehen haben. Wie kann man das zeigen? Okay, zunächst einmal müssen wir natürlich zeigen, dass Klicke in NP ist. Das war der erste Schritt. Klicke selbst ist in NP. Das ist ziemlich einfach, denn die Klicke, die wir suchen, ist auch gleichzeitig ein gutes, geeignetes Zertifikat. Wenn Sie mir diesen Teilgraf zeigen, kann ich prüfen, ob wirklich jeder Knoten mit jedem anderen verbunden ist und ob das so vorkommt in meinem Graph. Und das ergibt sich daraus, dass Sie mir den Zeichen ansehen müssen, die die Teile des Graphen bestimmen oder benennen oder bezeichnen, die die Klicke bilden. Man kann vielleicht hier eine kleine Kontrollfrage stellen, ist dieses Zertifikat wirklich polynomiell? Also insbesondere, wenn K diese Zahl in Binärkodierung gegeben ist, dann ist ja K nur logarithmisch viele Zeichen lang. Also wenn Sie zum Beispiel eine Million hier stehen haben, dann müsste die Klicke doch sehr groß sein, eine Million Kanten haben, aber die Zahl einer Million selbst würde nur wenige Bits benötigen. Ist also wirklich diese Klicke von einer Million Knoten polynomiell bezüglich dieser Eingabe? Können Sie kurz drüber nachdenken. Halten Sie das Video gerne an, wenn Sie mehr Zeit brauchen. Ich kann es Ihnen gleich verraten. Ja, natürlich ist das polynomiell das Zertifikat. Der Grund ist, dass natürlich die Eingabe nicht nur die Zahl K ist, sondern auch der Graph G. Und in den Fällen, in denen die Antwort Ja lautet, also in denen wirklich eine Klicke enthalten ist und Sie ein Zertifikat brauchen, ist die Klicke sicherlich kleiner als der Graph. Die ist ja im Graphen enthalten. Das heißt also, die Klicke ist immer ein Teil des Graphen und dementsprechend ist der Input größer und die Klicke ist polynomiell bezüglich des Inputs, der den Graphen und die Zahl enthält. Okay. Gut, also wir haben ein polynomielles Zertifikat. Und der zweite Schritt ist, wir brauchen eine Reduktion. Klicke ist NP-schwer. Und dazu wollen wir reduzieren und natürlich von SAT. Denn das ist das einzige NP-schwere Problem, was ich Ihnen bisher genannt hatte. Da müssen wir also anfangen. Okay. Wie funktioniert das? Das ist jetzt ganz interessant, denn wir kommen, wir müssen von einem logischen Problem, propositional logischen Problem, hingehen zu einem Graphenproblem. Also scheinbar sehr unterschiedliche Welten miteinander verbinden, Graphen und Logik. Wie kann das gelingen? Dazu braucht man ein paar schlaue Ideen. Das ist auch nichts, was man ganz automatisiert machen kann, sondern das ist immer ein kreativer Prozess, wie bei vielen Beweisen. Man muss die entscheidende Idee haben und dann kann er sie umsetzen und zeigen, dass sie wirklich funktioniert. Okay. In diesem Fall wird das etwas einfacher sein, indem wir eine Formel in konjunktiver Normalform als Grundlage nehmen. Was war das? Das war einfach eine Formel, bei der wir nur Negation benutzen dürfen oder und und. Und die Formel selbst ist eine große Konjunktion. Hier sind lauter uns von großen Disjunktionen, die jeweils eine propositionale Variable enthalten oder die Negation davon. Also diese L11 bis LN11, das sind sogenannte Literale, die also negierte oder nicht negierte aussagenlogische Propositionen sind. Okay. Also Negation auf unterster Ebene, dann kommt Disjunktion und ganz außen Konjunktion. Das ist die konjunktive Normalform. Und wir wissen, oder ich sage es Ihnen, falls Sie es vergessen haben, dass man jede aussagenlogische Formel in eine erfüllbarkeitsäquivalente Formel in konjunktiver Normalform bringen kann. Und das heißt, Sie könnten die immer umformen und dann anschließend diesen Erfüllbarkeitstest durchführen, indem Sie das auf Klicke reduzieren. Das reicht noch nicht ganz, um die Härte von diesen konjunktiven Normalformen zu sehen. Also die schwere, sollte ich sagen. Denn beim Umformen in konjunktiver Normalformen kann es Ihnen passieren, dass die konjunktive Normalform viel größer wird als die Originalformen, wenn Sie einfach Umformungsregeln anwenden. Die könnte exponentiell wachsen und das ist natürlich dann keine Poinomere Reduktion. Trotzdem stellt sich heraus, auch das Erfüllbarkeitsproblem für konjunktive Normalformen ist schon NP-schwer. Und der Trick dabei ist, dass man bei der Umformung noch Hilfspropositionen einfügen muss und dann kann man das auch in Poinomelergröße schaffen und immer noch die Erfüllbarkeit erhalten und auf die Art das zeigen. Also für uns, hier reicht es jetzt einfach zu wissen, es ist selbst dann noch ein NP-vollständiges Problem, wenn man nur Formeln in dieser speziellen Form betrachtet. Und das macht unser Leben einfacher, weil wir nicht mit allen möglichen logischen Operatoren hantieren müssen, jetzt hier für die Reduktion. Okay, also wir haben so eine Formel, die enthält nur diese speziellen Operatoren in dieser speziellen Art und Weise. Wie viele Klauseln, also wie viele solche Disjunktionen hier drin vorkommen und wie groß die im Einzelnen sind, also was ja dieses N1 ist und das N2 und das NL, das darf variieren. Das muss nicht fest sein, da haben wir keine Ansprüche. Okay, wie funktioniert jetzt die Reduktion? Wir definieren uns jetzt also einen Graphen. Das muss passieren, denn wir brauchen ja einen Graphen für Klick. Und dieser Graph, den nenne ich Gf. Das ist der Graph von F. F war die Formel. Gf hat eine Klicke der Größe L, genau dann, wenn F erfüllbar ist. Das ist unser Ziel. Und L ist die Zahl der Disjunktionen, die hier in dieser großen Konjunktion vorkamen. Also der Konjunkte, wenn Sie so wollen. Okay, das wird also das K aus dem Klickenproblem, ist also genau dieses L. Das haben wir schon mal definiert. Das ist schon Teil der Reduktion. Jetzt fehlt noch Gf zu definieren. Und das tun wir, indem wir zunächst mal sagen, was die Knoten sind. Die Knoten von Gf sind Paare. Und in jedem Paar finden wir eines von diesen inneren Literalen und dazu eine Zahl, die angibt, aus welchem Teil, aus welchem Konjunkt, aus welcher Klausel wir dieses literal entnommen haben. Also das heißt, für jedes Element der ersten Klausel, des ersten Konjunktes hier, werden wir ein Paar bilden, was jeweils an der zweiten Stelle die 1 als Zahl stehen hat und an der ersten Stelle das, was eben gerade dort steht. Jetzt denken Sie vielleicht, naja, die 1 steht doch schon hier, warum brauchen wir die dann nochmal? Naja, das sind bloß Platzhalter. In Wahrheit, L11 ist in Wahrheit ja eine konkrete Proposition oder die Negation von einer konkreten Proposition. Das heißt, also es könnte durchaus sein, dass L11 das Gleiche ist wie L1L. Es könnte sein, dass es beides mal die gleiche Proposition darstellt. Und wir wollen uns aber merken, aus welcher Klausel die gekommen ist. Deshalb machen wir daraus Paare. Okay, also das heißt, alles, was hier vorkommt, wird ein Knoten und Sie sehen, okay, das ist polynomiell, sogar linear. Wir haben eine 1 zu 1 Beziehung zwischen diesen Literalen und den Knoten. Okay, auch wenn man sie als Partner stellen. Dann fehlen uns noch die Kanten, die Verbindungen. Wir sagen jetzt, wir verbinden zwei Paare Li und L'J genau dann, wenn Folgendes gilt. Zum einen müssen die Zahlen unterschiedlich sein, i und gleich j. Die dürfen also nicht aus dem gleichen Konjunkt stammen. Und zweitens, die Konjunktion L und L', also aus diesen beiden Literalen, muss erfüllbar sein. Jetzt sagen Sie vielleicht, ja, Erfüllbarkeit ist doch gerade das, was wir testen wollen. Das ist doch kompliziert. Das muss man doch erstmal herausfinden. Ja, aber in dem Fall ist es nicht kompliziert, denn L und L' sind ja einfach nur Atome oder negierte Atome. Und so eine Konjunktion, das von diesen beiden, ist erfüllbar, genau dann, wenn nicht das eine gerade zufällig die Negation von dem anderen ist. Also nur dann, wenn die genau komplementäre Literale sind, also wenn das eine eine Proposition ist und das andere die Negation davon oder umgekehrt, nur dann sind die, wären die nicht erfüllbar. Ansonsten ist es immer erfüllbar, so eine einfache Konjunktion. Okay, das kann man also auch leicht testen und dann hat man die Kanten und es gibt nur, maximal könnte es sein, dass zwischen allen Paaren unterschiedlicher Klauseln Kanten entstehen. Und das sind immer noch quadratisch viele, ja, Polnomer, damit kann ich das in Polnomer als Zeit berechnen. Okay, das ist also mein Graph. Und das ist die Reduktion. Und na gut, das ist jetzt ein bisschen abstrakt. Einfacher ist es, wenn man sich mal ein Beispiel anschaut, dann sieht man nämlich auch, wie das aussieht. Und das haben Sie hier. Formel F, wie hier gegeben, drei Konjunkte in der Konjunktion, jeweils als dargestellt als eine Disjunktion von Literalen. Die erste P oder Q oder nicht R, die zweite P oder nicht Q und die dritte nicht P oder R. Und damit haben wir jetzt unsere drei Gruppen von Kanten, P1, Q1, nicht R1, die kommen aus der ersten, P2, nicht Q2, das kommt aus der zweiten Klausel und aus der dritten haben wir nicht P3 und R3. Und dann gibt es eine Menge von Kanten zwischen denen. Wir haben immer dann eine Kante, wenn erstens die Zahl unterschiedlich ist. Also es gibt keine Kante zwischen diesen beiden, weil die beiden die Zahl 3 haben. Und wir haben zweitens die Kante immer nur dann, wenn die beiden erfüllbar werden. Also Q und nicht P zum Beispiel, das passt zusammen, aber P und nicht P, das kann nicht gleichzeitig passieren. Deshalb verbinden wir hier nicht. Also Sie sehen, wir haben eine Menge Kanten, aber es fehlen auch welche. Und wenn wir Sie sich erinnern, wir wollten jetzt also klicken, suchen, die so groß sind, so viele Knoten enthalten, wie es hier ursprünglich Klauseln gab in dieser konjunktiven Normalform. Und das ist in dem Fall also 3. Das heißt, wir suchen hier Dreiecke in dieser Anordnung. Und da gibt es mehrere Lösungen. Eine sehen Sie zum Beispiel hier. Das ist ein Dreieck, was existiert. Und wir können aus diesem Dreieck direkt eine erfüllende Belegung ablesen. Wir müssen nämlich P wahr machen, wir müssen nicht Q wahr machen und wir müssen R wahr machen. P machen wir wahr, indem wir P auf 1 abbilden. Also nicht Q machen wir wahr, indem wir Q auf 0, also falsch abbilden. Und R machen wir wahr, indem wir wieder R auf 1 abbilden. Und das ist, das können Sie jetzt nachprüfen, tatsächlich eine Belegung, die diese gesamte Formel wahr macht. Wie haben wir das geschafft? Naja, wir haben aus jeder Klausel, das ist eine Disjunktion jeweils, ein Literal gewählt, was wir wahr machen. Und auf die Art ist sichergestellt, dass die ganze Disjunktion wahr wird. Und wenn alle Disjunktionen wahr sind, dann sind alle Konjunkte der großen Konjunktion wahr. Und dann heißt es wahr und wahr und wahr. Und das ist die ganze Formel wahr. Und es ist immer dann möglich, das zu machen, wenn die Dinge, die wir aus den verschiedenen Klauseln herausgreifen, um sie wahr zu machen, wenn diese Dinge sich nicht gegenseitig direkt widersprechen. Also wir können zum Beispiel nicht P und nicht P gleichzeitig wahr machen. Das geht nicht. Aber wir können P und R gleichzeitig wahr machen. Ja, okay. Und mit diesen vielen Erklärungen sehen Sie jetzt hoffentlich, dass das alles, dass diese Reduktion tatsächlich funktioniert. Also das heißt, mit der Erklärung habe ich auch gleichzeitig argumentiert, dass das so korrekt ist. Sie müssen das jetzt, müsste man nur verallgemeinern, ja, dass es für beliebige Formeln so geht. Aber es ist doch nicht so schwer zu sehen. Ja, also die K-Klicke oder die L-Klicke, sollte ich vielleicht sagen, ist einfach die, eine direkte Möglichkeit, L-Klauseln zu erfüllen, indem man für jede Klausel ein Ding findet, was dort wahr sein kann, ein Literal. Und man muss halt die so kombinieren, dass sie sich nicht widersprechen. Und das geht mit dieser grafischen Darstellung, wenn ich das erkenne. Okay. Trotzdem ist das vielleicht überraschend, denn, dass propositionale Formeln zu lösen, schwer ist. Das ist zumindest für uns InformatikerInnen intuitiv. Wir haben viel damit gerechnet, mit propositionaler Logik. Wir haben große Wahrheitswertetabellen gezeichnet in unseren grundständigen Vorlesungen und haben irgendwie ein Gefühl dafür, dass das schwierig ist. Exponenziell viele Möglichkeiten. Klicken finden dagegen, das scheint erst mal nicht so kompliziert zu sein vielleicht. So eine Clique erscheint ja recht speziell. Stellen Sie sich vor, Sie wollen eine 1000-Klicke suchen. Das ist ja ein Graph, wo fast alles mit allem verbunden ist. Das heißt, man denkt erst mal vielleicht, dass so ein Knäuel von Kanten offensichtlich zu finden ist und sich leicht entdecken lässt. Aber dem ist eben nicht so. Also klicken zu finden, ist schwierig. und am Ende so ähnlich geartet natürlich auch wie propositionale Formen zu erfüllen. Wenn Sie eine Clique finden wollten, wie würden Sie das machen? Sie würden vielleicht versuchen, zusammenhängende Bereiche zu finden und die dann immer zu erweitern. Also zunächst einmal suchen Sie ein Dreieck und dann suchen Sie noch ein viertes Element, was mit allen Teilen des Dreiecks verbunden ist und dann noch ein fünftes Element, was mit allen Vieren Ihrer vier Clique verbunden ist und so weiter. Also Sie könnten versuchen, die Clique größer wachsen zu lassen und da sehen Sie schon, es kann sein, da geht es irgendwann nicht weiter und dann machen Sie Backtracking. Dann versuchen Sie herauszufinden, ob Sie vielleicht, wenn Sie ein anderes Element vorher gewählt hätten, ob Sie dann weitergekommen werden und so weiter. Und da kann man lange suchen. Also das ist so ähnlich wie propositionale Formeln erfüllen zu wollen. Okay, also Clique, ein schweres Problem. Damit sehen wir also, die Reduktion ist korrekt und können weitergehen. Das nächste Problem, was ich Ihnen noch zeigen will als letztes, ist noch deutlich leichter. Da braucht man nicht so viel Fantasie, um die Reduktion zu finden. Das ist das Problem der unabhängigen Mengen. Unabhängige Mengen klingt erstmal nach was anderem, ist aber auch wieder was, was mit Graphen zu tun hat. Und zwar sagen wir, dass eine unabhängige Menge, im Englischen auch Independent Set, eine Teilmenge von Knoten in einem Graphen ist, bei der kein Knoten mit einem anderen verbunden ist. Kein Knoten ist mit einem anderen verbunden. Das heißt, das ist das genaue Gegenteil von einer Clique. Also es ist eine Teilmenge, die eine Art Antiklicke darstellt. Also niemand kennt niemanden in dieser Gruppe von Knoten. Und gut, vormals ist das als Problem so definiert. Ich habe wieder einen Graphen g und eine Zahl k. Und die Frage lautet nun, hat g eine unabhängige Menge mit K Knoten. Okay. Und ich behaupte, dieses Problem ist auch ebenfalls NP vollständig. Und ich würde sagen, man könnte es jetzt fast als Übungsaufgabe stellen, den Beweis dazu anzugeben. Aber wir machen es nochmal zusammen, damit wir auch die Maschinerie nochmal am einfachen Fall erproben. Was müssen wir machen? Wir wollen zeigen, unabhängige Menge ist NP vollständig. Es gibt zwei Schritte. Erster Schritt, das Problem ist in NP. Das geht genauso wie bei Clique. Wir finden einfach die unabhängige Menge. Hier steht schon die Reduktion. Die können wir nochmal ausblenden. Dass es in NP ist, können wir ganz leicht sehen. Wenn wir eine solche unabhängige Menge als Zertifikat verwenden, dann kann man gleich prüfen, dass es wirklich korrekt ist und dass es eine unabhängige Menge darstellt. Was uns fehlt, ist die Schwere. Und die kriegen wir durch Reduktion von einem schweren Problem. Und in diesem Fall fangen wir nicht wieder bei Sat an, sondern wir nehmen unser Klicken-Problem, was wir schon haben, und reduzieren das auf unabhängige Menge. Wie geht das? Naja, ich hatte ja schon gesagt, die unabhängigen Mengen sind sowas wie das Gegenteil von Klicken. Oder anders formuliert, die unabhängigen Mengen sind Klicken im dualen oder nicht im dualen, im komplementierten Graph. Also das heißt, das, was wir tun müssen jeweils als Reduktion, ist einfach nur, wir bilden einen neuen Graphen, der genau die gleichen Knoten enthält, wie der gegebene Graph G. Jetzt für Klicke gegebener Graph, ja, wir fangen bei Klicke mit einer Reduktion an. Aber der genau das Gegenteil der Kanten enthält. Das heißt, wenn zwischen zwei Knoten keine Kante existiert, dann hat dieser Komplementärgraf eine. Und wenn eine existiert hat, dann hat er keine. Das heißt, wir invertieren die Kanten, behalten die Knoten bei. Das geht in polynomierer Aufwand, ja, denn die Maximalzahl an Kanten, die ich habe, ist quadratisch in Bezug auf die Knoten. Das heißt, selbst wenn der Graph ursprünglich überhaupt keine Kanten hatte, habe ich danach nur quadratisch viele als polynomier. Und es ist klar, der originale Graph hat eine Klicke der Größe K, genau dann, wenn der komplementierte Graph eine unabhängige Menge der Größe K hat. Reduktion geschafft. Das war es schon. Okay, gut. Sie sehen also, Reduktionen können manchmal recht einfach sein, manchmal auch eine ganze Menge Fantasie erfordern oder komplizierter sein. Das kommt ganz darauf an. Je mehr Probleme man kennt, allerdings desto leichter ist es, gute, einfache Kandidaten für Reduktionen zu finden. Okay, damit haben wir also schon einiges gelernt über NP-Vollständigkeit und schon zwei Beispiele gesehen. Damit in diese Richtung, wie ich weitermache. Im nächsten Video sehen wir noch mehr und Beispiele, die noch ein bisschen weiter von Logik weg zu sein scheinen, nämlich solche Probleme, bei denen es auch mal um Zahlen und um Rechnen und um Optimierung im gewissen Sinne geht. Und wir werden ein interessantes Konzept dabei kennenlernen, was man Pseudoprolynomialität nennt und was sich gut eignet, um jemanden, der nicht so viel Einsichten hat in die Komplexitätstheorie aufs Glatteis zu führen, wenn es darum geht, irreführende Komplexitätsbehauptungen aufzustellen. Darüber wird noch zu reden sein. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.